ein kleines update am nachmittag mit den neuesten informationen zum markt und der ist im moment schwach wir sehen das hier beim nasdaq nein falsch beim ym das ist der future kontrakt auf den dow jones ihr seht das immer oben links bei mir und ihr seht dass das was wir heute bisher hatten seit der eröffnung das war hier oben ganz klar abwärts gerichtet ist also keine besonders gute stimmung hier an den future märkten das heißt die indizes sind im moment auf dem weg nach unten und das bedeutet der aktienmarkt hat alles andere als stärker richtig überraschen sollte uns das nicht die aufwärtsbewegung ganz klar korrektiv das heißt nicht dass es in den nächsten tagen die noch mal ein bisschen nach oben gehen kann aber insgesamt ihr seht haben wir dieses bild hier eigentlich in erwartungshaltung ich bin also eher auf der abwärtsseite unterwegs selbst wenn es dann zwischendurch noch mal ein bisschen nach oben geht das könnte mir heute vielleicht noch mal also ich werde definitiv keine solche position jetzt zwischen den jahren eröffnen aber theoretisch wäre das etwas was ich ganz gerne handeln nämlich wir haben eine starke abwärtsbewegung wobei die gegenbewegung überlappungsfrei ist also keine kursüberschneidung ich habe es jetzt hier ein bisschen irrtümlich so gezeichnet als ob es die dritte die kürzeste ist profis von euch wissen das ist typischerweise nicht der fall aber wenn jetzt die nächste bewegung korrektiv nach oben ist korrektiv immer mehrfach hin und her mit überschneidung oder drei wellig dann wären solche zwischendurch mögliche einstiegspunkte ihr erahnt schon das ist so halbwegs das was wir im großen auch haben das große bild wollen wir in diesem video jetzt im moment nicht so sehr in den fokus rücken das ist nicht die aufgabe der updates am nachmittag aber ihr seht für all diejenigen die unter euch jetzt sind die kürzerfristig mal drauf gucken unter der voraussetzung dass das als nächstes passiert das weiß ich nicht aber hätte ich hier einen entsprechenden trigger für die short seite alternativ könnte das ganze auch so aussehen irgendwie mehrfach hin und her laufend dann wäre der trigger einfach das zwischendief hier an der stelle die grund überlegung bliebe die gleiche nur verschiebt sich dann ein bisschen in die richtung das ganze wäre dann noch mal aufzulösen wenn der kurs eben nicht korrektiv nach oben geht sondern stark nach oben und dann korrekturen nach unten erfährt dann würde ich sogar sagen nach oben eigentlich wäre mir das fast lieber und zwar unter der voraussetzung dass wir dann hier steigende tiefs steigende hochs hätten also ich finde es noch schöner wenn er hier irgendwann hier hoch ginge und das wäre das typischere das normalere bild aber ich werde einen teufel tun jetzt auf die long seite zu setzen solange der kurs eben stark auf der abwärtsseite ist und schwach auf der aufwärtsseite also solche szenarien das sind typische ist eine aufwärtsbewegung aber ganz klar eine schwache korrektive insofern nicht wirklich attraktiv hier für die long seite die abwärtsseite scheint da noch die bessere beim s und p future ist das sogar noch deutlicher da hatten wir hier zuletzt diese starke abwärtsbewegung über die wir ja auch gestern schon gesprochen haben dass hier ein ganz klar eine aufwärtsbewegung ja klar auch hier hätte ich mir eigentlich ein etwas höheren punkt hier noch mal gewünscht aber letztlich ist das was wir hier in dieser in diesem bereich haben ist es eine starke bewegung oder ist es eine schwache sie ist was ich immer sage wackelig also korrektiv mit vielen kursüberschneidungen hier und dementsprechend die erwartungshaltung dass das was wir hier haben da hinten noch mal folgt dementsprechend würde es mich nicht mal wundern für alle die jetzt vielleicht schon auf der short seite sind wenn wir noch ein bisschen tiefer gehen 3814 beim future wohlgemerkt wäre hier relativ leicht nachvollziehbar wenn ihr andere werte habt vielleicht handelt ihr andere kontrakte messt einfach noch mal so die vorausgegangene bewegung ich mache das noch mal groß einige gucken das ja auf den kleinen geräten und das ist das hoch vom 27 dezember die erste starke abwärtsbewegung 27 nachmittag und diese abwärtsbewegung 28 nachmittag also da hätte man so eine orientierung ungefähr wie groß das ist wer kein charttool zur verfügung hat das kann man mit zeigefinger daumen einigermaßen sinnvoll abschätzen naja jetzt sind wir schon auf der short seite dabei dann wird es beim nasdaq wahrscheinlich auch nicht großartig anders sein ihr wollt auch hier seht ihr die starke abwärtsseite ihr seht ich habe hier schon die letzte tiefmarke mal mit eingezeichnet ich gehe schwer davon aus dass wir diese auch noch erreichen vielleicht noch nicht sofort wenn ich mir was wünschen darf ich fände es noch toller wenn er das so macht dann hätte man sogar noch mal eine neue chance hier vielleicht in den short mit einzusteigen aber im moment ist das ein frommer wunsch der kurs geht eben nicht wackelig im moment nach oben sondern aktuell noch relativ steil nach unten aber egal auf welcher zeitebene ihr euch bewegt wenn ihr sowas habt so etwas bekommt fortsetzung nach unten manche sagen auch bären flaggen dazu ich bin ja sehr stark alien wellen lastig das heißt für mich zählt immer noch auf welcher ebene wir gerade sind also große kleine bewegungsebene sozusagen oder wellengrad sagen wir elliot leute dazu wer sagt das ist mir alles so kompliziert dann haltet wenigstens im auge dieses verhaltensmuster starke bewegung als mast in dem fall nach unten weil ja bärisch wackelig nach oben das ist dann sozusagen so halbwegs das was einige als flagge dann sozusagen oder fahne irgendwie was einschätzen und die voraussetzung dass sich das nach unten noch mal ergibt also nennt es wie ihr es wollt aber das wäre eine ganz gute voraussetzung und der dax naja da muss man glaube ich nicht viel dazu erzählen er ist auch im moment auf der abwärtsseite unterwegs das positive beim dax ist allerdings dass auch das noch sehr sehr korrektiv aussieht also eigentlich auch noch nicht so richtig der burner ist und ihr könnt schon erahnen am liebsten wäre es mir einmal noch ein bisschen höher dass wir das noch mal durchstoßen aber diesen wendepunkt den muss er erst zeigen wie sieht er aus stark nach oben wackelig nach unten dann könnte man da noch mal inzwischen long eingehen das halte ich ganz für sinnvoll oder typisch so ähnlich wie wir das hier vorne ja auch haben oder hatten am 23 september schub hoch wackelig runter und fortsetzung so ähnlich könnte das hier hinten ebenfalls dann noch mal werden ist es aber nicht und solange das nicht ist muss ich mir über die long seite vorläufig im kleinen bild keine gedanken machen wem das jetzt alles zu schnell ging oder zu kurzfristig war klar jetzt zwischen den jahren macht es noch gar keinen sinn sich jetzt groß festzulegen das ist wirklich ein update für den nachmittag um so ein bisschen orientierung zu haben was da gerade gespielt wird so habt ihr so ein bisschen eine idee solange es nach oben eher korrektiv aussieht könnt ihr euch davon könnt ihr eher davon ausgehen dass es nach unten die größeren chancen eben hat also orientiert euch dann eher weiterhin auf der abwärtsseite ich glaube damit macht man nicht viel falsch in diesem sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles gute toi 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 für eure entscheidung wir sehen uns morgen wieder bis dahin alles gute an